so, guck dir das mal an hier, das ist ja wahnsinn, wahnsinn, guckt euch das mal an, Donut Dealer is in the house, supported by my man Cushman, hier Cushleife is in the stizzle, guck dir das mal an, Orangefield Donuts, wahnsinn, Orangefield Donuts, Sophia Donuts, Angela Donuts, Lucky Batik Donuts, wo ist die, 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 ich hab so probiert, wie sie fahren, ach jo, alter, gib mal Cushleife is in the house, guck mal, den Lackmann Zweile hier, Tabata, was ist das denn hier, oh krass, Kinder, kommt mal, Kinder, kommt mal, es ist was Tolles passiert, es ist was ganz Tolles passiert, Kinder, komm, der Ruven ist, die hat was mitgebracht, auf Instagram gibt es jemanden, der macht Donuts, der nennt sich Donut Dealer, weil er ganz viele Donuts macht, und jetzt hat er über Ruven, guck mal hier, da ist der Ruven, hat er uns ein Geschenk mitgebracht, und die hat Donuts gemacht, und jetzt guck mal, was hier drauf steht, guck mal, was hier auf den rosanen steht, das ist der für die, das ist der für Tabata, was steht da, orange field, was heißt das, orange field, und auf englisch, was heißt das auf englisch, ja, ist das schon englisch, orange field, und guck mal hier, Lackmann Witten, der Donut Company, im gebartigten Style, und Mama ist auch noch da, da auch, das ist auch, Lackmann, Lackmann hat zwei bekommen, das ist der Originale, einmal sofort und lieber an die Donut Dealer Corporation hierzu, winke, 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 ich mag aber diesen Donut, ja, den magst du nicht, oder was? Ja, ich habe noch nie so was probiert, du hast noch nie so was probiert, Ja, wir müssen die natürlich erst alle gebühren, zelebrieren und feiern, und fotografieren und posten, und dann machen wir die alle blatt, ja? Und ich mache ein Foto von mir, wo ich einen Donuts esse, Papa macht ein Foto von mir, wo ich einen Donut esse, Ja, kann ich gerne machen, aber erst mal jetzt noch nicht, ja, erst mal müssen wir richtig essen, und danach kommen wir die als Nachtisch haben, okay, abgemacht? Mama! Boah, Bruder, du hast richtig Support gemacht, du hast hier sofort mich inspiriert an eine Livestory, guck mal, das ist voll für die Leute, guck mir schon zu. Ja, das ist crazy, die Instagram-Wähle. Das ist crazy, ja, du weißt, was ich selber. Guck hier, okay, winken wir mal, hoff mal, hoff mal doch, was geht. Ach, guck mal, wenn ich das... Ah, das ist ja crazy! Bruder, du kannst, wenn du dann siehst, dass ich ein Homi da ist, den kannst du einladen, da kannst du so in dem Ding so ein Chat machen, weißt du? Ja, das habe ich schon gesehen, aber dass ich den so zuwinken kann. Ja, boah, die schicken dir alle Herzen, da, guck mal, guck mal, liebe! Guck mal, wir haben die extra, das kannst du alles essen, das ist alles, außer Esszeug, das ist der extra für euch gemacht mit dieser, der macht das dann mit Schokolade und so, und dann muss man... Zuckerblume. Genau, wie Zuckerguss kommt dann da rüber. Und hier für euch haben wir jetzt auch so. Ich finde vielleicht den mit Orange Feet am geilsten, weil der auch wie das Cover, das Cover ist so wie das Plattencover ähnlich, orange und dunkel und dieser Kontrast ist am Start. Mein Filz, ey, jetzt sind Pilze, diese Pilze hier, das ist Papi-Pilze. Papa! Der mit der Barte hat einen Affe, hat einen Affe mit einer Banane. Und ich habe? Ich glaube, so ein Drachenmonster oder so. Was ist das? Ey, der sieht aus, der Energie ist. Wir sind es doch so. Ey, egal, ich habe Frohlauf, alles gut. Ich finde das wieder, ähm... Der ist der coolste. Danke. Das war so cool da hinlegen. Guck mal, der Drache sieht so aus. Und welcher ist der coolste? Von 8 wird der Drache, ne? Meiner. Nein, meiner. Oh, guck mal, das sind Palme. Ja, siehst du, sag ich doch, das ist eine Insel. Oh, ich will auch eine Palme. Schwimm, den. Ich will auch eine Palme. Papa, guck mal, Mama hat Palme. Mama hat Palme. Ich will auch eine Palme. Was? Ich will auch eine Palme. Ich auch. Wir sind noch Palme. Wie klauen wir es einfach mal. Nächstes Mal mehr Palme, Digga. Ja. Also vielen lieben Dank an Donut-Dealern, ne? Müssen wir nochmal sagen. Paderborn, Digga. Paderborn ist hinter Haus. Hm, hier. Sag mal, wie sieht es aus? Pusht ihr auch Videos von Newcomern? Wie denn? Wie soll ich das denn pushen? Ich winken. Ich winken und winken. Wir linken und verlinken und verlinken und winken. Hä? Wir müssen uns selber erstmal pushen. Ich push mich selbst, wie das Pusche beim Zelt. Push live ist im Haus. Guck mal, Papa, live. Gestern hab ich mir Puree's Filter geholt, ne? Da ist die Bestellung angekommen bei Puree. Und dann schicken sie mir das hier mit. Guck ich so den alten Plussi und den Botanica, Alter. Ich so, war es in meinen Filtern, oder was? Nice, Alter. Alles richtig gemacht, ich weiß nicht. Wir haben es alles richtig gemacht. Wir haben auch da irgendwie in dieser Lieferung da über... Ich hab nicht die Sprayhand das da mit, wo wir machen sollen. Schreizen, so richtig krass high-level shit, Alter. Ja, Mann, genau. Und das war auch noch dabei für Plussi, der hat richtig gemacht jetzt, ne? Der hat richtig gerockt. Ja, dann haben wir jetzt auch Selbstvermarktung und so, ne? Nee. Ach, nee, bei Chimpeville. Ach, nee, die haben dieses Gold, oder Gold, oder? Das ist ja selber, ja. Okay, wir essen jetzt gleich vernünftig irgendwas und zum Nachtisch gibt's dann lecker Donuts. Habt ihr gemacht? Guck mal, sag dir mal bitte Danke. Sag mal Danke. Danke. Und du auch? Ihr habt eure eigenen Donuts bekommen, ey. Hast du nur die Kleine genommen? Ich nehme nur die Kleine. Guck mal. Hab ich dir gezeigt, diesen großen? Guck mal, ich halte schon. Guck mal. Warte Leute, lass mich hören. Nein, du musst zeigen. Weiter weg. Und mach deinen Finger da weg, sonst kann man nichts sehen. Mann. Jetzt halts man die Wand. So, geht doch. Bisschen weiter nach oben. So. Das ist meine. Ich will aber mich filmen. Hä? Mein Donut. Hier, das sind leckere Donuts. Yummy, yummy. Das ist Nettie. So fieße. So fieße. So fieße. So fieße. So fieße. Dann bekomme ich Filter von einem Fatty. Das ist nett. Ihr bekommt Donuts, ich bekomme Filter. Guck mal, Pappe, mach das nochmal, wo du wegrennst. Ich filme dich so und dann rennst du weg. Oh! Ey, ihr macht keine Privatfotos. Sag mal ein Channel hier. Okay. Okay, die Leute sind noch verschwunden. Dann hauen wir jetzt hier auch mal ab. Ich melde es dann. Okay, danke an Donut Dealer, danke an Kuschleif, Bartik, Witten, an Ruben und an meine kleinen Kinder hier. Skull, skull. Skull, skull. Warte nochmal.